Hallo, mein Name ist Dirk Fischer von der Firma Cubiculum. Ja, wir haben Sommer und wir alle leiden ein bisschen unter der Hitze. Tagsüber ist es warm, nachts ist es in vielen Schlafzimmern auch noch viel zu warm. Der ein oder andere schläft mit offenem Fenster oder hat gar keine Decke auf dem Körper. Genau das, davor sollte man sich hüten. Morgens zwischen 4 und 5 Uhr wird es doch recht kühl in Schlafzimmern. Der Körper sollte dann leicht zugedeckt sein, ansonsten fängt man sich schnell mal muskuläre Verspannungen ein. Also daher mein Tipp im Rahmen unserer Aktion, gib deine Träume nicht auf, schlaf besser. Ein schönes Sommerbett anschaffen, so ein Bett hält die nächsten 10 Jahre locker. Was ich euch heute hier vorstelle ist eine Kamela-Decke. Kamela ist ein sehr robustes, dankbares Material, ideal geeignet für Starkschwitzer. Wir haben hier einen besonderen Bezug noch über ein Mikromodal. Man kennt Mikrodal vom Sportbereich, kann auch nochmal Feuchtigkeit vom Körper weg transportieren. Also eine ideale Decke für Starkschwitzer und alle Schlafzimmer, die besonders warm sind. Die Decke kostet in der Standardgröße aktuell 199 Euro. Wenn ich das teile, bin ich bei 20 Euro im Jahr. Das ist nicht viel. Wir bieten 10% Rabatt im Juli noch. Und für alle, die diesen Monat zugreifen, haben wir hier noch einen Gutschein. Im Rahmen unserer Schlafbesser-Aktion 50 Euro für ein neues Schlafsystem, für einen anstehenden Matratzen- oder Lattenrostkauf. In dem Sinne, schlaft besser!